Ich war hier zwei Jahre zurück, da war ich am Start mit schwierigen Verletzungen, aber da habe ich trotzdem gewinnen können. Das Rennen auf sich hat mir gefallen. Dann komme ich gerne zurück zu schönen Rennen zu machen. Diesmal haben wir es ein bisschen kombiniert mit Familienurlaub und dann ist jeder froh am Ende. Der Term Familienurlaub heißt, dass die Familie ein bisschen Urlaub macht und dass der Papa immer aus dem Haus ist und trainiert, jede Stunde, die er hat. Aber sie haben schon einzige Sachen besucht und wandern viel, Radfahren. Sie haben Spaß, glaube ich. Also hoffe ich. Also es hängt ein bisschen ab Tag von Tag, aber am Ende, über eine Woche, wird es diese Woche so in der Nähe von 25 Kilometer schwimmend sein. Radfahren ist wirklich in der Nähe von 900 Kilometer fast und laufen 60. Also das ist schon ziemlich viel stumm. Es gibt immer unglaublich viele Leute entlang der Strecke und das ist schon, dass die Gegend hinter dem Wettkampf steht. Und das spürt man als Athlet auch, dass man nicht nur auf der Straße allein fährt oder umhümpelt und kein Mensch zuschaut. Und das gefällt die Athleten sicher. Und deswegen glaube ich auch, dass das Rennen so ein Suczess ist, weil bei der Altenklassen auch alles ist da für ein großes Rennen. Ich awest mich auch 41. Star Trek. Also. Ich sehe richtig어�